Maite Kelly, bittere Enthüllung über ihre Schlagerkollegen Ist die Schlagerwelt wirklich eine große, glückliche Familie? Sängerin Maite Kelly packt nun aus. Harmonische Schlagerbranche? Viele wollen Geld und Ruhm um jeden Preis. Sind das nicht wunderbare Momente, am Ende der großen TV-Shows, wenn sich Künstlerinnen und Künstler zum Finale auf der Bühne versammeln? Da wird gescherzt und gelacht, alle wirken wie eine große, glückliche Familie. Wie oft wäre man als Zuschauer selber gern Teil davon. Kein Neid, keine Missgunst, nur Harmonie. Schöne, heile Schlagerwelt. Doch hinter der Fassade sieht es ganz aus. Da scheint sich jeder selbst der Nächste zu sein und schreckt auch vor Diebstahl nicht zurück. Maite Kelly packt über die Branche aus Über den Tatort Schlagerbranche packte nun Bühnenprofi Maite Kelly, 44, im Podcast aber bitte mit Schlager aus. Sie erzählte von einem Besuch bei Andrea Berg, 58. Maite wollte mit ihrer Freundin neue Ideen austauschen. Was sie dann sagt, lässt aufleuchen. Sie weiß, ich würde niemals eine Idee von ihr klauen. Das ist bei uns einfach Gesetz, was nicht immer gegeben ist. Moderator Julian David, 34, stimmt ihr sofort zu? Leider nein. Und so wird unter Kollegen geklaut. 2020 ließ Matthias Reim, 66, per Gutachten vor Gericht feststellen, dass Michael Wendler, 52, für seinen Song egal eine Passage aus Reims Lied Das machst du nur, um mich zu ärgern benutzt hatte. Unfassbar. Wenn Geld und Ruhm im Spiel sind, vergessen manche Menschen offenbar schnell jeden Anstand. Aber eine echte Künstlerin wie Maite Kelly hat das natürlich nicht nötig.